Servus und hallo liebe Brettspielfreunde und Freunde von Fantasy Spielen. Heute zeige ich euch das Spiel The Witcher, das Abenteuerspiel aus dem Fantasy Flight Verlag im Vertrieb des Heidelberger Spiele Verlags. The Witcher ist ein Spiel ab 14 Jahren für zwei bis vier Spieler und hat eine Dauer von locker ein bis zwei Stunden. The Witcher ist das Brettspiel zum gleichnamigen Rollenspiel-Hit, den es auf PC und Konsolen zu erwerben gibt und der mich momentan auch endlose Stunden kostet. Ein sehr, sehr geniales Spiel und so ist hier The Witcher, das Brettspiel entstanden in Zusammenarbeit mit CD Projekt Red, den Herstellern des eben gleichnamigen Computer- und Konsolenspiels. Ja, ich zeige euch jetzt wie immer, was findet ihr in der Spieleschachtel einen Inhalt, wie baut ihr dieses doch recht umfangreiche Spiel auf und wie funktionieren die Regeln, die zum Glück gar nicht so kompliziert sind. Gehen wir es an, ich hoffe, ihr bleibt dabei und wir begeben uns jetzt in die Welt von The Witcher. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Hier haben wir einmal ein Regelheft. Das ist gar nicht so dick, das hat bloß ein paar Seiten und damit sind die Grundregeln von The Witcher auch schon erklärt. Alles noch einmal genauer findet ihr hier im Referenzhandbuch. Das ist nochmal ein bisschen dicker, besteht meistens nur aus Text und hier steht alles nochmal detailliert drin, was ihr hier in der Anleitung findet. Also wenn ihr dann irgendwo Fragen zu bestimmten Punkten habt, einfach im Referenzhandbuch nachschauen. Das ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Also man kann relativ schnell losspielen und bei Sonderfragen schaut bei ins Referenzhandbuch und dann bleiben eigentlich keine Fragen offen. Dann haben wir einen relativ großen Spielplan, auf dem das Ganze stattfindet. Und jetzt gibt es eine Menge Material. Hier gibt es zum einen die Ermittlungskarten in drei verschiedenen Farben. Dann gibt es Monster in drei verschiedenen Stufen. Hier gibt es die allgemeinen Kampfwürfel. Schadensmarker, leichter Schaden, schwerer Schaden. Unglücksmarker. Dann gibt es Hinweismarker in den gleichen Farben wie auch diese Karten. Dann haben wir hier die Währung. Orens. Dann gibt es hier die Beweise. Da kann man später im Spiel dann Hinweise in Beweise umtauschen, um in der Hauptquest weiterzukommen. Dann gibt es hier allgemeine Marker. Die legt man überall auf alle möglichen Sachen drauf. Hier haben wir noch ein paar Karten. Glückskarten, Unglückskarten. Dann habe ich hier für jeden Charakter so ein kleines Tütchen gemacht. Und die Sachen, die zum Charakter gehören, hier zusammengeschmissen. Mit Geralt, Triss, Rittersporen und dem Zwerg Japen. Dann gibt es hier die großen Karten. Auch die gibt es in diesen drei Farben. Das sind die Quests, die die Helden bestehen müssen. Und als letztes haben wir hier noch ein paar Charakterkarten. Hier sind die Helden drauf mit ihren Aktionen und was sie an Stabmaterial kriegen. Und so weiter und so fort. Ja, das ist der komplette Inhalt der Spiele Schachtel. Und ich werde euch als nächstes jetzt zeigen, wie ihr das Ganze aufbaut. Dann werden wir ein bisschen genauer auf das Material kurz eingehen, was da eigentlich so drauf ist. Dann erkläre ich euch die Regeln. Und dann machen wir eine kleine Beispielrunde. Wie gesagt, dieses Spiel kann man wirklich sehr, sehr lange spielen und sehr, sehr lange herzeigen. Ich versuche mich einigermaßen kurz zu fassen. Ich werde nicht das komplette Referenzhandbuch hier runterleiern und alle Feinheiten erklären. Da müsst ihr euch dann bitte selber ein bisschen reinlesen. Ich versuche es einigermaßen übersichtlich zu gestalten. Aber ihr erkennt mich, das Ganze wird wahrscheinlich trotzdem wieder ein ellenlanges Video werden. Na gut, schauen wir mal, was draus wird. Jetzt baue ich euch erstmal das Spiel auf. Ja, der Aufbau des Spiels funktioniert jetzt folgendermaßen. Ihr seht schon, das ist verdammt groß. Und ich kriege es gerade so aufs Bild drauf. Ihr macht einfach mal folgendes. Ihr legt den Spielplan in die Mitte des Tisches. Dann legt ihr diese Hinweismarker, die Lebensmarker, die Uränen, die Unglücksmarker, diese Beweismarker und auch die Monstermarker am besten oben in eine Reihe. Und seitlich legt ihr dann die Ermittlungskarten jeweils einen Stapel pro Farbe und auch die Questkarten mit jeweils einem Stapel pro Farbe hin. Dann müsst ihr irgendwo noch diese allgemeinen Marker hinlegen. Die würde ich ein bisschen näher an die Leute ranlegen, denn da muss man ständig zugreifen, um irgendwelche Zauber zu aktivieren oder sonstige Dinge damit zu tun. Und somit hat man das, was außenrum liegt, eigentlich schon mal fertig. Dann gibt es hier noch die Glückskarten. Die werden ab und zu im Spiel gefordert. Die kommen hier drauf. Die Unglückskarten, die werden noch viel häufiger gefordert. Die kommen hier drauf. So. Auf den Spielplan selber kommt dann noch einer von diesen allgemeinen Markern. Und zwar hier oben auf diesen ersten Totenkopf. Einfach mal drauflegen. Und dann werden diese Gefahrenfelder noch gefüllt. Und hier legt man auf die oberen drei jeweils ein bronzendes Monster verdeckt drauf. Und auf die unteren drei legt man hier auf diese Totenkopffelder. jeweils einen Unglücksmarker. Sieht dann so aus. Und dann ist der Spielplan fast schon fertig. Aber als nächstes müssen wir uns erst einmal um die Helden selber kümmern. Und hier nimmt sich jeder Spieler mal eine so eine Übersicht für seinen Helden. Und die legt das vor sich hin. Daneben braucht er ein bisschen Platz für seine ganzen Karten und anderen Dinge. Ich weiß, das kann man jetzt gar nicht lesen. Aber ihr müsst mir dann einfach vertrauen, was ich hier so tue. Denn das kriege ich jetzt so echt nicht mehr aufs Bild drauf. Also, die Heldenkarte hinlegen. Den Würfel dazu daneben legen. Dann gibt es diese drei Aktionsmarker. Auch einfach mal daneben legen. Dann gibt es die Trainingskarten. Das sind Karten mit Fähigkeiten, die die Spieler lernen können. Einmal durchmischen und ebenso irgendwie nebendran hinlegen. Dann gibt es noch zwei so kleine Marker. Und die verteilt man auf dem Spielplan. Und zwar legt man den einen Marker hier unten auf die Null der Siegpunkteleiste. Und den anderen Marker, den brauchen wir dann gleich, sobald jeder Held seine Quest hat. So, und jetzt hat jeder Spieler hier auf seinem Heldentableau drauf, wie viel Anfangsgehalt er kriegt. Hier unten. Er kriegt drei Urin, sie kriegt fünf Urin. Die nimmt man sich aus dem allgemeinen Vorrat und legt die auch noch dazu. Also, einmal drei, einmal fünf. So, dann setzt man seine Figur auf sein Startdorf. Auch das findet man hier unten auf der Heldenkarte, wo die jeweilige Person anfangen muss. Das heißt, unser Held Geralt von Riva fängt natürlich auf Kermorhen an, seiner Hexerfestung. Und hier gibt es immer vier so Felder. Das ist einfach ein Feld pro Spieler, der mitspielt. Da kann man sich einfach draufstellen. Und unsere liebe Triss Merigold, die fängt in Hüsima an. Das ist hier unten. Dann haben wir jetzt das alles soweit verteilt. Diese neutralen Würfel, die kriegt immer jeder Spieler zum Würfeln dazu, zusätzlich zu seinen Würfeln, die er speziell hat. Die legen wir einfach irgendwo hin, dass jeder gut rankommt immer. Und jetzt werden ein paar Quests an die Spieler verteilt. Und dazu nimmt sich einfach jeder Spieler zwei Questkarten aus dem Stapel, der auch wiederum hier unten auf der Charakterkarte drauf ist. Das heißt, Triss nimmt zwei blaue und Geralt nimmt sich zwei von diesen roten Questkarten. Ich nehme jetzt einfach nur eine, weil mir jetzt egal ist, was da draufsteht, ehrlich gesagt. Und diese Questkarten werden auch wieder zu den Charakteren dann hingelegt. Und die muss man sich natürlich anschauen, was da so draufsteht. Das machen wir aber nachher. Das einzige, was mich jetzt interessiert ist, was ist die Unterstützungsquest? Denn es gibt immer eine Hauptquest, zwei Nebenquests und eine Unterstützungsquest. Und die Unterstützungsquest, die muss immer der gegnerische Part machen oder der Mitspieler eigentlich. Denn wir kämpfen nicht wirklich gegeneinander, sondern wir kämpfen miteinander gegen das Böse, aber trotzdem jeder für sich, denn jeder will der Beste sein. Ja, das heißt, wir schauen bei jedem nach, was steht hier im Bereich Unterstützungsquest. Und da nehmen wir diesen zweiten kleinen Marker, den wir noch haben und legen auf die entsprechende Farbe den Marker drauf. Das heißt, bei mir steht hier Unterstützungsquest. Ohne magische Hilfe wirst du das nicht überleben? Gibt drei blaue Hinweismarker aus. Das heißt, derjenige, der mir helfen will, muss drei Marker ausgeben. Nicht ich, sondern derjenige, der mir helfen will. Das heißt, ich lege das hier einfach auf die blaue Leiste, sodass jeder sieht, aha, wenn ich dem Hexer Geralt hier helfen möchte, dann muss ich was Blaues liefern. Und das gleiche machen wir bei der Triss. Da schauen wir, was da die Unterstützungsquest ist. Etwas Nachhilfe in höfischer Etikette kann nicht schaden. Gibt drei Violette aus. Das heißt, ihr Marker kommt hier auf das Violette-Banner drauf. Und somit weiß auch Geralt, wie er Triss unterstützen kann. Wie gesagt, normal nimmt sich jeder zwei Questkarten raus, liest sich die durch und nimmt sich die, die ihm besser gefällt, die Behälter. Die andere legt er wieder unter den Stapel oder tut sie aus dem Spiel raus. Und somit haben wir auch den kompletten Spielaufbau jetzt schon erledigt. Und als nächstes werde ich euch eine kleine Vorgeschichte vorlesen. Triss muss es doch auch gespürt haben, dachte Geralt bei sich. Das Hexermedaillon auf seiner Brust vibrierte. Magie lag in der Luft. Das oder sie näherten sich einer Kreatur aus einer fremden Sphäre. In jedem Fall bedeutete es Ärger. Also warum sagt sie nichts? Da wären wir. Wurde auch langsam Zeit. Mein Hintern ist vom Reiten so wund, dass er bald eine Revolte anzettelt. Immer wenn Rittersporn sich beschwerte, klang es so theatralisch wie ein Bühnenauftritt. Heute war sein Gequengel besonders laut, fast als würde er jemanden in der Dunkelheit der Höhle etwas zurufen. Vor langer Zeit war hier eine ertragreiche Goldmine gewesen, bis eine dunkle Macht von ihr Besitz ergriff und Monster sich in den Schächten ansiedelten. Immer wieder waren Dorfbewohner, die sich zu nahe an die Höhle herangewagt hatten, verschwunden. Doch vor einer Weile hatte sich die Finsternis zurückgezogen und seitdem gab es auch keine Vermissten mehr. Die Dorfältesten hatten Geralt und seine Gefährten einen dicken Beutel Gold dafür versprochen, der Sache auf den Grund zu gehen. Denn die Ruhe störte den gewohnten Gang der Dinge im Dorf. Japan strich sich über den Bart und murmelte etwas Unverständliches. Von Anfang an war er der Meinung gewesen, dass die Dorfältesten etwas verheimlichten. Mitgekommen war er aber trotzdem. Warum wohl? Und Triss, wieso war eine Zauberin und königliche Beraterin willens ihren Posten zu verlassen, um eine alte Mine zu erforschen? Was war so besonders an dieser Höhle? Sobald sich die Dunkelheit um sie schloss, wurde Geralt klar, dass die Antworten noch warten mussten. Der hungrige Blick der Neckar, die aus dem Abgrund kletterten, versprach ihn eine Weile beschäftigt zu halten. Wie angekündigt gehen wir jetzt mal ein bisschen auf das Spielmaterial ein, bevor ich euch den Spielablauf an sich erkläre. Zum einen nehmen wir mal hier so eine Charakterkarte und hier sehen wir fünf Aktionen, die jeder Spieler ausführen kann. Diese Aktionen sind für jeden Spieler gleich. Hier unten gibt es eine Wechseltabelle, auf der man sieht, wie viele Hinweise man von diesen hier tauschen muss, um dafür einen Beweis zu bekommen. Beweise wiederum braucht man, um die Hauptquest abzuschließen. Hier brauche ich zum Beispiel zwei Schwerter als Beweis, um diese Hauptquest abzuschließen und somit muss ich mindestens sechs von den roten Hinweismarkern finden, um sie in zwei Schwerter zu tauschen, also diese roten Beweismarker, um die Hauptquest dann am richtigen Ort abzuschließen. Dann gibt es hier unten ein Feld, der heißt Erfolg. Hier sieht man die Würfelseite, die als Erfolg gilt. Denn oft wird auf Karten verlangt zu würfeln und für jeden Erfolg muss man etwas tun. Und damit man weiß, was auf diesem Würfel denn einen Erfolg darstellt, ist hier unten für jeden Spieler das Symbol drauf. Beim Geralt ist es eben das Hexerzeichen, die Hand mit diesem Zeichen drauf. Und bei der Triss ist es einfach hier so ein Ritualauge. Gut, das ist also die Seite und auf der anderen Seite sehen wir nur die Startstadt und das Startkapital des Spielers. Für was dann diese ganzen Felder hier bei den Aktionen sind, dazu kommen wir dann nachher. Was haben wir noch hier so liegen? Hier haben wir zum einen diese Lebensmarker, die kommen auf die Heldentafel drauf, sobald ein Held Schaden bekommt. Sterben kann kein Held. Er wird nur einfach behindert in seinen Tätigkeiten und muss sich vielleicht erstmal darum kümmern, diese Schadensmarker wieder loszuwerden, bevor er wieder sinnvolle Aktionen machen kann. Also keine Angst, wir können nicht sterben, wir werden nur eingeschränkt. Urin ist die Währung, damit kann man teilweise Sachen bezahlen, dazu kommen wir auch noch gleich. Oder wird eben von Räubern ausgeraubt oder sonstiges. Unglücksmarker, die werden wir öfter treffen. Die haben wir auch hier zum einen auf unserer Heldentafel und zum anderen gibt es die hier auf diesem Kriegsfortschritt, hier auf diesen Gefahrenstufen. Immer wieder gibt es diese Unglücksmarker und die sind eigentlich immer dann dafür da, um diesen schönen Stapel mit den Totenköpfen abzuarbeiten. Da sind eigentlich immer Dinge drauf, die nicht so toll für den Helden sind. Es gibt aber auch Karten, wo zum Glück nichts passiert. Im Gegensatz hier bei diesen Glückskarten, die kriegt man eben auch bei besonderen Aktionen. Und da ist da meistens was Positives drauf, was man einfach irgendwann im Spiel nutzen kann, wann es einem eben gegenehm ist. Ja, dann haben wir hier die Monsterstufen von Bronze bis Gold. Am Anfang liegen hier nur Bronze-Monster. Mit dem Wandern dieser Kriegsfortschritt-Anzeige kommen auch mal silberne Monster ins Spiel, goldene kommen dann auch ins Spiel. Und je nachdem werden die Monster natürlich schwerer. Ja, die Ermittlungskarten, da gibt es positive Dinge, wo ich eben auch sofort hier welche von den Markern bekommen kann. Oder negative Sachen, wo ich dann kämpfen muss und Dinge verliere. Die Quests, die bleiben hier soweit liegen. Denn jedes Mal, wenn ein Spieler eine Hauptquest abgeschlossen hat, wird die Karte umgedreht und er zieht sich wieder zwei neue Quests vom Stapel und sucht sich wieder eine aus, die er als nächstes machen möchte. Denn nach drei erledigten Hauptquests ist das Spiel vorbei und ein Sieger wird ermittelt. Ja, während ich eben spiele, kann ich nicht nur mich um die Hauptquests kümmern, sondern auch um zwei Nebenquests, die meistens daraus bestehen, einen bestimmten Ort zu erreichen oder eine bestimmte Anzahl an Hinweismarkern abzugeben oder Sonstiges. Da kann ich mich dann nebenbei noch drum kümmern und auch nochmal Siegpunkte hier zu scheffeln. Denn es geht natürlich um Siegpunkte. Und die Unterstützungsquests, das sind die Quests, die ich schon erwähnt hatte. Hier muss ich mit einem anderen Spieler auf dem gleichen Ort stehen und das haben, was mein Gegenüber braucht, deswegen hier oben diese Leiste, das ausgeben, um die Unterstützungsquests zu erledigen. Dann kriege ich sechs Punkte, aber mein Mitspieler immer noch drei Punkte. Das ist also die Unterstützungsquests. Sobald ich aber die Hauptquest abgeschlossen habe von einer Questkarte, kommt die Questkarte weg und alles, was ich nicht erledigt habe von dieser Karte, verfällt halt erstmal. Ja, ansonsten haben wir hier die Ablagestapel für Glückskarten, für Unglückskarten. Den Kriegsanzeiger, wie gesagt, den erkläre ich auch gleich noch. Die Siegpunkteleiste, die führt hier außen herum. Ja, ich denke, somit haben wir das grundsätzliche Material mal erklärt und jetzt müssen wir wirklich tiefer einsteigen in das Ganze und da fangen wir im nächsten Video einfach mal direkt an mit, wie funktioniert das Spiel, was können die Spieler für Aktionen machen, gleich im nächsten Video. Dann kommen wir jetzt einfach mal zum grundsätzlichen Spielablauf. Und der ist eigentlich ganz einfach. Der Spieler, der dran ist, der hat die Möglichkeit, zwei Aktionen durchzuführen und die Aktionen finden wir hier auf der Heldentafel. Und die geben wir einfach der Reihe nach durch. Es gibt Reisen, Ermitteln, Trainieren, Alchemie und Rasten. Wobei Alchemie hier nur bei Geralt ist. Das gleiche heißt bei Triss. Vorbereiten hat aber im Endeffekt den gleichen Effekt, nur eben auf eine andere Art. Gut, wir gehen es einfach jetzt von oben nach unten durch. Fangen wir an mit Reisen. Sobald ein Spieler eine Aktion ausführen möchte, nimmt er einen dieser runden Marker und legt ihn hier auf dieses Herz der entsprechenden Aktion drauf. Somit ist diese Aktion für diese Runde ausgeführt und ich kann diese Aktion nicht ein zweites Mal ausführen, denn pro Runde darf jeder Spieler zwei Aktionen machen. Ja, wenn ich jetzt also sagen würde, ich reise, dann kann ich mich bewegen. Bewegen tue ich mich an diesen gelben Linien entlang. Und zwar eigentlich einen Ort, aber wenn ich eine Unglückskarte mit in Kauf nehme, auch zwei Orte. Heißt also, wenn ich jetzt hier nur einen Ort gehe, dann stelle ich mich hier drauf und es passiert nichts weiter, außer, dass ich hier in dieser Farbe, also in einer dieser beiden Farben in dem Fall, mir einen Hinweismarker nehmen darf. Ziehe ich von Kermorchen hier runter, dann darf ich mir entweder einen roten Hinweismarker oder einen lila Hinweismarker zu mir nehmen und diese Aktion ist damit erledigt. Möchte ich aber mit einem Mal zwei Sachen ziehen, dann ziehe ich erst hier hin, nehme aber dann da nichts und ziehe dann einen zweiten Schritt weiter. Auf diesem Ort einen blauen Hinweismarker bekommen, muss aber dann als Strafe hier sofort eine Unglückskarte nehmen und die abarbeiten. So, das ist das. Bewegen, mehr gibt es dazu schon gar nicht zu sagen. Das zweite ist das Ermitteln. Wenn ich sage, ich möchte ermitteln, lege ich auch den Marker drauf und suche mir jetzt eine von diesen drei Kartenstapeln aus, nehme mir eine Karte und führe das aus, was da eben drauf steht. Da gibt es eben Sachen, wo ich einfach Hinweismarker kriege, Ohren kriege, was weiß ich. Es gibt Feinde zum Bekämpfen, das sind dann die Rückschläge. Also hier kann alles Mögliche drin sein. Gut wie schlecht ist es allerdings mehr gut wie schlecht drin. Beim Ermitteln gibt es auch noch Karten, wo unten was draufsteht. Das nehme ich mal so ein Ding hier. Da gibt es also auch Karten, die haben unten eine Zeile. Die gibt es jetzt hier bei rot nicht. Und wenn hier unten so eine Zeile ist, wie zum Beispiel wertvolle Information, noch mal wertvolle Information. Ja, wenn ich sowas habe, dann darf ich diese Karten auch nach dem Ausführen vor mir liegen lassen. Denn es gibt wiederum Karten, die sich dann auf sowas beziehen, wo es heißt, nimm pro wertvolle Information, die du vor dir liegen hast, dies und das und jenes. Gibt es bei blau sogar noch ein paar mehr Sachen, die da unten draufstehen. Wie gesagt, da gibt es dann spezielle Karten, die sich darauf eben beziehen, wie viel man davon hat. Das ist so das Ermitteln. Dann haben wir das Trainieren. Trainieren ist relativ wichtig, denn am Anfang können die Helden nur mit dem Kämpfen, was sie haben. Das ist bei Geralt wenigstens mal sechs Würfel. Bei Triss allerdings nur einer plus die neutralen Würfel. Die tut sich beim Kämpfen am Anfang schon saumäßig schwer. Und deswegen müsste man die recht schnell trainieren. Und zum Trainieren nimmt man sich zwei von diesen Trainingskarten, schaut die sich an und eine davon behält man. Die andere steckt man wieder unter den Stapel drunter. Trainingskarten ist nichts anderes wie Fähigkeiten. Zaubersprüche, Tränke für Geralt, Zaubersprüche für Triss und sonstige Aktionen, wo ich einfach Würfelwürfe umwandeln darf oder wo Marker drauf kommen und ich pro Einsetzen der Fähigkeit einen Marker entfernen muss. Das unterschiedlichste Zeug, das mir das Leben aber erheblich leichter macht. Und das mache ich eben beim Trainieren. Ich nehme zwei Karten, die zwei obersten einfach hier vom Stapel, suche mir eine raus, lege die offen hin und die andere kommt wieder drunter. Und dann kommt eine Fähigkeit, die pro Held eben anders ist, aber doch eigentlich genau das gleiche. Und da haben wir beim Geralt zum Beispiel, wenn er Trankkarten draußen liegen hat von seinen Trainingskarten und nimmt die Fähigkeit Alchemie, dann darf er pro Trankkarte einen von diesen Markern drauflegen. Das ist also super. Er kann also jeden Trank auffüllen sozusagen. Bei der Triss ist es anders. Sie hat das versorgen und sie darf dann auf einen Zauberspruch, den sie draußen liegen hat, einen so einen Marker drauflegen. Und bei den anderen Helden ist es eben was ähnliches. Das ist immer unterschiedlich pro Charakter, aber macht eigentlich das gleiche. Es macht die Trainingskarten eben scharf. Ja, dann haben wir das letzte. Das ist das Rasten. Rasten ist wichtig, wenn ich hier Schadensmarker drauflegen habe. Denn Schadensmarker, die kann ich durch verlorene Kämpfe oder sonstige Sachen bekommen, die blockieren mir einfach die Aktionen. Denn sobald hier ein Schadensmarker hier draufliegt, egal ob leichter oder schwerer Schaden, darf ich diese Aktion nicht mehr benutzen. Da muss ich dann erstmal rasten. Deswegen hat Rasten auch kein Herz drauf. Wie man hier sieht, denn Rasten ist immer das Letzte, was mir übrig bleibt, um wieder handlungsfähig zu werden. Ja, und bei Rasten darf ich entweder, wenn ich das nutze, zwei von diesen Herzchenmarkern entfernen. Das sind leichte Schaden. Oder einen von diesen Totenkopfherzchen. Das ist ein schwerer Schaden. Also zwei leichte oder einen schweren Schaden. Wieder entfernen von meiner Karte. Ansonsten haben die leichten oder schweren Schadensmarker keine unterschiedliche Auswirkung. Die blockieren einfach meine Fähigkeiten. Deswegen kann ich auch nicht sterben. Irgendwann muss ich halt einfach rasten, um die Dinger wieder loszuwerden. Und somit haben wir die grundsätzlichen Aktionen des Helden auch schon durch. Und danach, wenn ein Held seine zwei Aktionen gemacht hat, dann muss er noch eine Aktion machen und die nennt sich einer Gefahr begegnen. Das ist dann immer recht eklig. Das will eigentlich keiner so wirklich. Und hier geht es darum, dass man schaut, wo steht mein Held jetzt. Das zum Beispiel hier das Graue bedeutet hier dieses Zeichen. Das wäre diese Gefahr. Oder wo jetzt Triss steht. Sie steht auf dem Roten. Das wäre hier rot. Auch mit dem Symbol drauf. Das wäre diese Gefahr, die sie aufdecken müsste. Oder auch hier unten liegen schon die Unglücksmarker. Und später im Spiel können hier auch Unglücksmarker liegen. Und dann darf ich mir raussuchen. Mache ich hier so ein Unglück lieber, also so eine Karte, oder drehe ich das Monster um und bekämpfe das. Das kann ich mir dann raussuchen. Liegt da nur ein Monster, muss ich es natürlich bekämpfen. Schaffe ich es nicht, es zu besiegen, dann muss ich halt die negativen Auswirkungen auf mich nehmen. Die Karte bleibt dann offen liegen und kann von einem anderen bekämpft werden. Es kann auch vorkommen, dass dann hier mehrere Monster sich untereinander stapeln. Wenn ich dann dran bin, kann ich mir dann eine Karte raussuchen, die ich bekämpfen möchte. Und ist hier weder ein Monster noch ein Unglücksmarker drauf, dann wandert hier dieser Kriegsanzeiger im Uhrzeigersinn auf das nächste Feld. In dem Fall wäre das hier so ein bronzenfarbenes Monster und das würde einfach hier dann aufgefüllt werden. Das heißt, immer wenn dieser Kriegsmarker wandert, muss ich da auffüllen, wo ich gerade farblich stehe. Und da gibt es eben Unglücksmarker und silberne Monster und Unglücksmarker und Unglücksmarker. Das wandert einfach hier immer rum. Das wandert zum einen durch Karten, Unglückskarten oder sonstige Karten und eben wenn hier irgendwas leer ist, weder Monster noch Unglücksmarker drauf ist und ich in diesem Ort stehe, dann wandert das eben auch eins weiter und ich muss da, wo ich eben stehe, das entsprechende hinlegen. Monster werden aufeinander gestapelt. Alles kein Problem. Und dann ist der Held fertig. Er nimmt seine Marker hier wieder runter, die er eingesetzt hat und der nächste Spieler ist an der Reihe. Was noch passieren kann, ist, dass hier vorne im Laufe des Spiels hier diese Unglücksmarker draufgelegt werden. Also, dass ich jetzt hier irgendwo einen Unglücksmarker bekomme. Dann, wenn ich diese Aktion nutzen möchte, muss ich zuerst eine Unglückskarte ausführen und spielen. Dann darf ich die Marker entfernen und dann darf ich die entsprechende Aktion aber auch ausführen. Ihr seht schon, Unglückskarten hat man recht häufig. Ist der Kartenstapel mal leer, wird er neu gemischt und wieder hier draufgelegt. Und somit haben wir schon alle Aktionen durch, die hier eben einen von diesen Markern kosten, wo man eben zwei Stück pro Runde einsetzen darf. Und im nächsten Video erkläre ich euch noch die freien Aktionen. Die Aktionen kann ich jederzeit ausführen, bevor ich meinen ersten Marker setze, nachdem ich meinen ersten Marker gesetzt habe, nachdem ich meinen zweiten Marker gesetzt habe. Die kann ich also jederzeit ausführen, diese freien Aktionen. Und dann erkläre ich euch noch, den Kampf wieder funktioniert. Und dann gehen wir auch sofort in eine Beispielrunde über. Und da werde ich euch einfach dann Sachen, die hier einfach auf den Karten auftauchen, direkt aus dem Spiel raus erklären. Ich werde natürlich nicht alles erklären, was in diesen Kartenstapeln drin ist. Ein bisschen was erleben müsst ihr auch selber. Wir spielen einfach mal ein, zwei Runden und ich mache einfach mal alles, soweit wie auf den Karten draufsteht. Versuche mal eine kleine Quest zu lösen und dann könnt ihr euch selber hier ins Abenteuer stürzen. Neben den Aktionen, die hier eben eine von diesen Markern kosten, gibt es auch Aktionen, die ich jederzeit durchführen kann. Und das ist zum Beispiel Umwandeln von Hinweismarkern in Beweise. Das kann ich jederzeit machen. Ich kann jederzeit eine Nebenquest abschließen, wenn ich die entsprechenden Hinweise gesammelt habe oder auf einem entsprechenden Ort angekommen bin, kann ich auch kostenlos dann diese Nebenquest abschließen. Ich kann die Hauptquest abschließen, das ist auch keine Aktion, sondern das mache ich auch, wenn ich auf dem richtigen Ort bin und entsprechend viele Beweise gesammelt habe, kann ich die Hauptquest abschließen. Ich kann die Unterstützungsquest abschließen, wenn ich bei meinem Mitspieler auf dem gleichen Feld bin und die Sachen eben habe, die mein Mitspieler braucht, dann kann ich die Unterstützungsquest abschließen. Ich kann handeln, dazu muss ich auch mit einem anderen Spieler auf dem gleichen Feld sein und kann dann mit dem anderen Spieler entweder Orens oder auch Hinweismarker tauschen. Natürlich müssen dabei der Einverstanden sein, wie was wo getauscht wird. Ich darf ja nichts klauen, sondern das muss ein fairer Handel sein. Und das sind eben diese freien Aktionen. Und jetzt schauen wir uns mal den Kampf an. Ein Kampf ist eigentlich auch nicht schwer abzuhandeln, aber der ist teilweise etwas fies. Jetzt nehmen wir uns hier mal einen Marker und hier haben wir einen Ertrunkenen drauf. Kann man es natürlich auch nicht gescheit lesen, das weiß ich schon. Müssten wir einfach glauben, was es da draufsteht. Und jeder Kampf hat zwei Werte. Einen Schwertwert und einen Schildwert. In dem Fall hat der Ertrunkene einen Schwertwert von zwei und keinerlei Schildwert. Das heißt, abwehren ist hier sowieso nicht. Und jetzt gibt es hier folgenden Text darauf. Vor dem Würfeln. Wenn so etwas auf einer Monsterkarte steht, dann bedeutet das, dass ich das, bevor ich einen Angriff würfeln darf, ausführen muss. In dem Fall erleide ich einfach automatisch eine leichte Wunde. Muss sofort hier so einen Herzchenmarker nehmen und dann auf ein beliebiges, das kann ich mir raussuchen, Herzchen hier bei meinen Fähigkeiten drauflegen. Und diese Fähigkeit ist eben gesperrt, bis ich sie heile. Also diese Herzchenmarker darf man sich aussuchen, was man sich sperren möchte. Dann geht es weiter mit Erfolg und Fehlschlag. Das bedeutet, wir müssen jetzt einen Kampf gegen dieses Monster ausführen. Und je nachdem, ob wir es erfolgreich bekämpfen beim Angriff und auch erfolgreich bei der Abwehr sind, können da pro Monster verschiedene Sachen passieren. Also es kann sein, dass ich einen erfolgreichen Angriff gemacht habe, aber gleichzeitig den Abwehrwurf nicht erfolgreich gemacht habe und dann ist das Monster zwar besiegt, aber ich kriege durch den vergurkten Abwehrwurf irgendeinen Schaden oder sonstige Sachen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, und wie läuft so ein Kampf ab? Ich schaue mir natürlich genau an, was ich an Trainingskarten draußen habe, was ich an Würfeln umwandeln kann und so weiter. Das muss ich immer im Blick haben. Und dann nimmt sich jeder Spieler seine Würfel plus die neutralen Würfel, die dabei sind und die werden jetzt dann gewürfelt. Und auf den Würfeln gibt es dann folgende Dinge. Auf den neutralen gibt es eben Schwerter, Schilde und Niete. Das ist eben nichts. Und auf den Heldenwürfeln gibt es eben verschiedene Sachen. Beim Hexer Geralt gibt es das Hexerzeichen, es gibt Schwerter, es gibt auch ein Doppelschwert auf einem Würfel, es gibt Ritualsymbole und jeder Würfel, jeder Rote hat hier eben auch andere Sachen drauf. Also die sind nicht alle gleich, sondern die sind tatsächlich unterschiedlich bestückt. Und mit denen insgesamt muss ich jetzt einfach mal würfeln. So, jetzt habe ich gewürfelt. Zweimal eine Niete, einmal ein Schwert, einmal ein Schild, ein Ritualzeichen und ein Hexerzeichen. Hexerzeichen braucht man meistens, um irgendwelche Fähigkeiten aus den Trainingskarten zu benutzen. Ansonsten bringt mir das gar nichts. Ebenso die Reliktwürflerei hier bringt mir auch nichts. Somit bleibt übrig ein Schwert, ein Schild. Um ihn zu besiegen, der hat Schwert 2, brauche ich mindestens zwei Schwerter. Habe ich also leider nicht geschafft. Schildwert hat er keinen, das heißt Schild interessiert auch gar nicht. Und jetzt muss ich einfach schauen unter Fehlschlag. Hier steht drauf, beim Erfolg würde ich einen Siegpunkt hier erhalten. Leider beim Fehlschlag heißt es, verschiebe das Monster in eine Nachbarregion. Das heißt, das Monster würde dann, wenn es eben hier irgendwo auslag, irgendwo in eine andere Region wandern. Das ist, wie gesagt, dieser Kampf. Wir fassen das nochmal zusammen. Ein Monster hat einen Schwertwert und einen Schildwert. Ich muss mit einem Würfelwurf mindestens gleich würfeln und zwar bei den Schwertern und bei den Schilden. Schaffe ich es bei den Schwertern und bei den Schilden nicht, dann muss ich die Auswirkungen halt akzeptieren, die da sind, durch die nicht gelungene Abwehr. Aber wenn der Angriff gelungen ist, ist das Monster auf jeden Fall tot. Schaffe ich den Angriff nicht, dann muss ich eben auch die Auswirkungen nehmen und das Monster bleibt einfach liegen hier offen. Und der nächste Spieler weiß wenigstens schon, wenn er in einer roten Region steht und seinen Zug beendet, was da auf ihn warten wird. Genau, so läuft einfach ein Kampf ab und diese ganzen Symbole, wie im Hexasymbol oder bei Triss hier auch dieses Ritualsymbol, die sind wichtig, denn sie beziehen sich hier auf diese Trainingskarten. Und wenn ich jetzt nur rumrenne und mir keine Trainingskarten aufdecke, werde ich es verdammt schwer haben. Geralt hat es noch einigermaßen einfach, der hat wenigstens noch sechs Würfel am Start, aber die Triss mit diesen drei Würfeln und ihrem einen Würfel ohne Zaubersprüche, ganz schwere Nummer. Also die spielt sich nicht ganz so einfach, kann ich euch gleich sagen. Und jetzt würde ich sagen, investieren wir ein bisschen Zeit in eine ausgiebige Testrunde. Hier werde ich einfach einige Züge spielen, dann kommen diese ganzen Karten zum Einsatz und ich werde euch einfach ein paar Sachen vorlesen. Dann kriegt ihr hier ein bisschen einen Überblick. Ich werde es nicht zu sehr ausschweifen lassen, aber dadurch werdet ihr es am besten sehen, was hier der Reihe nach zu tun ist, wie die Auswirkungen von den einzelnen Sachen sind, was ich für Möglichkeiten habe. Und jetzt stürzen wir uns direkt ins Abenteuer. Um uns effektiv in ein Abenteuer zu stürzen, müssen wir natürlich wissen, was müssen wir eigentlich machen. Triss hat eine Hauptquest, die ignoriere ich jetzt einfach mal. Da müsste ich einfach einen Zauber wirken auf dem Ort Wengerberg, brauche aber zwei blaue Beweise dafür. Die sammle ich jetzt nicht komplett zusammen. Die Nebenquests sind Frische dein Wissen über Verwandlungsmagie auf. Gehe nach Ochsenfurt, das heißt, wenn ich hier hinkomme, kann ich schon die erste Nebenquest abschließen. Und das zweite ist, schätze den Baron richtig ein, gib vier violette Hinweismarker aus. Die muss ich erstmal sammeln. Und hier unten gibt es auch schön diese Felder dann, wo man diese allgemeinen Marker so drauflegen kann, wenn man eine Quest erledigt hat. So, also das ist, was sie machen muss. Geralt muss natürlich irgendein Monster in Maribor erschlagen. Und nebenquestlich muss er einmal die Bürger beruhigen und vier violette Hinweismarker ausgeben oder einen Söldnertrupp anwerben für drei Oren. Könnte ich sogar jetzt schon gleich machen, die habe ich nämlich schon hier liegen. Gut, dann fangen wir einfach an, sagen Geralt ist der Spieler, der beginnt. Der steht jetzt hier oben auf Kermorhen und ich würde jetzt als erstes mich ganz gern bewegen. Und zwar hier runter, diese gelbe Linie entlang. Eine besondere gelbe Linie ist übrigens diese Linie. Und diese Linie, die gehen über Wasserwege und wenn ich die benutzen will, muss ich hier zwei Oren zahlen und hier einen. Ich gehe aber jetzt hier einfach hinunter, stelle mich hier drauf. Dann schaue ich nach. Ich brauche meine Nebenquest ja violette. Das heißt, hier kann ich mal rot oder violett nehmen. Hier unten übrigens, das ist der einzige Ort, wo man beides bekommt. Rot und violett. Ansonsten kann man sich eben eins raussuchen von diesen Farben. Ich nehme mir also jetzt einen Violetten, lege den mal zu mir hin und jetzt habe ich die erste Aktion gemacht. Das war hier das Reisen. Und als zweite Aktion überlege ich mir jetzt mal, ich hole mir erst mal ein paar Trainingskarten. Das heißt, ich lege das hier drauf, nehme die beiden obersten Trainingskarten, schaue mir die an. Da haben wir einen Trank und ein Hexamedaillon. Mit dem Hexamedaillon kann ich einmal pro Kampf ein Unglücksmarker mir nehmen, um mir ein Hexerzeichen zu bauen. Oder ich nehme den Trank. Zu Kampfbeginn kannst du einen allgemeinen Marker von dieser Karte ausgeben, um einmal während des Kampfes beliebig viele Heldenwürfel neu zu würfeln. Das klingt doch super. Das lege ich mir hin. Das Problem ist, das Ding ist jetzt noch nicht aufgeladen. Da muss ich dann auch wieder eine Aktion hernehmen, und zwar die Aktion Alchemie, um hier Marker draufzulegen. Mehr wie drei Marker dürfen aber auch auf keiner Karte liegen. So, dann bin ich eigentlich fertig. Ich kann diese Marker runternehmen und muss jetzt diese Gefahr abarbeiten. Ich stehe auf einem grauen Feld. Schauen wir hier. Grau, das ist dieses Zeichen. Genau. Wir drehen das hier um. Das ist klar, dass es ein Monster sein müsste. Und es ist ein Echinops. Und der hat einmal Schwert 1 und Schild 3. Gut, jetzt lege ich das mal hin, nehme meinen kompletten Würfelsatz mit den neutralen Würfeln, würfel das Ganze und habe jetzt dreimal Schwert, einmal Schild und zweimal Hexerzeichen. Hexerzeichen bringen mir noch nichts. Ich brauche ein Schwert, um das Monster zu besiegen. Das heißt, besiegt ist es. Es kommt weg, aber ich schaffe es nicht, diese Abwehr hier zu schaffen, denn er hat Abwehr 3. Ich habe nur ein Schild gewürfelt. Und jetzt muss ich schauen, was steht unten drauf. Hier heißt es Fehlschlag bei der Schildabwehr. Das heißt, das heißt auch wirklich Fehlschlag und dann ist dieses Schildzeichen da. Das heißt, das zählt jetzt, weil ich es nicht geschafft habe, alleine einen Schaden. Also nehme mir einen leichten Schadensmarker und lege den jetzt einfach mal auf, ich sage mal trainieren drauf. So, dann ist dieses Monster besiegt und kommt wieder unter den Stapel drunter. Ich habe meine Gefahr abgehandelt. Ich bin fertig und unsere Triss ist an der Reihe. Ja, was macht Triss? Sie wird natürlich sofort mal nach Ochsenfurt reisen. Das heißt, ich lege einen hier auf Reisen, wandere hier hinauf und schließe sofort meine erste Nebenquest ab, die einfach nur heißt, frische dein Wissen, eure Verwandlungsmagie auf, gehe nach Ochsenfurt. Das ist die Quest Nummer 1. Das ist hier unten auch zu sehen. Das ist eine Bewegungsquest. Die bringt mir drei Siegpunkte. Also 1, 2, 3 für Triss. Ich lege mir diesen allgemeinen Marker auch hier drauf, dass ich weiß, diese Quest ist schon erledigt. Das war meine erste Aktion. Das Nebenquest abschließen ist eine kostenlose Aktion. Da brauche ich nichts ausgeben. Jetzt habe ich noch eine Aktion übrig und hier würde ich ganz gerne mal ermitteln. Also lege ich das hier auf ermitteln und suche mir jetzt eine beliebige Karte raus. Ich brauche die Nebenquest auch violette. Natürlich darf ich mir auch noch hier einen Hinweismarker nehmen, blau oder violett. Nehmen wir mal einen violetten. Und jetzt nehme ich mir auch eine violette Karte und hoffe, dass da was violettes drunter ist, weil ich brauche violette, um meine zweite Nebenquest abzuschließen. Das hier ist ein bisschen Einschüchterung. Manchmal muss man sich eben selbst die Hände schmutzig machen. Ja, du kannst einen roten Hinweismarker abgeben, um diese Karte wegen ihrer Eigenschaft zu behalten. Andererfalls erhältst du einen violetten Marker und die Karte kommt weg. Das heißt, wenn ich diese Karte behalten möchte, wegen der wertvollen Informationen, die ich vielleicht irgendwann mal nutzen kann, dann müsst ihr jetzt einen roten Hinweismarker abgeben. Ich habe nicht mal rote Hinweismarker, also schmeiße ich die Karte weg und nehme mir aber dafür einen lilanen Hinweismarker und lege den zu mir. Ich habe meine zwei Aktionen fertig. Ich schiebe das runter und jetzt muss ich schauen. Ich stehe auf rot mit diesem Zeichen. Das ist dieses Monster. Das drehen wir um. Ein Bär. Ja, der hat drei Schwert, zwei Schild. Bei einem Schwerterfolg darf ich einen leichten Schaden von meinem Heldenbogen nehmen und bei einem Fehlschlag beim Schild kriege ich einen Schaden dazu. Ja, schauen wir doch mal. Da müssten wir jetzt ziemlich gut würfeln. Okay, wir haben zwei Schwerter, ein Schild. Langt beides nicht. Er hat drei Schwerter, zwei Schilde. Das heißt, Zaubersprüche habe ich auch noch nicht. Pech gehabt, hat beides nicht funktioniert. Gibt zum Glück aber nur eine negative Auswirkung wegen dem Fehlschlag des Schildes und ich muss einen von diesen Schadensmarkern nehmen und den lege ich mir mal auf Vorbereiten drauf. Gut, auch ich bin damit wieder fertig und wir kommen zu unserem Geralt. Geralt schaut sich die Sache jetzt mal an. Der braucht noch ein paar Marker und würde jetzt ganz gerne nach Dreiberg reisen. Das heißt, ich reise hier rüber, komme hier drauf, darf mir einen von diesen drei Hinweismarkern nehmen. Dann nehme ich mal wieder einen Violetten, lege den zu mir hin und als zweite Aktion würde ich ganz gerne die Alchemie nutzen, um dieses Tränkchen aufzuladen. Das heißt, ich darf auf jeden Trank einen Marker legen. Ich habe nur einen Trank, also nur einen Marker und bin somit mit meiner Aktion auch schon wieder fertig. Jetzt kommt diese allgemeine Gefahr. Wir sind auf Grau. Auf Grau liegt jetzt nichts mehr drauf. Kein Unglücksmarker, keine Monsterchen. Also wandert hier dieser Marker eins weiter auf ein bronzenes Monster, das wir uns hier nehmen, hier drauflegen, aber nicht gleich abarbeiten. Und schon ist Triss wieder an der Reihe. Triss würde jetzt ganz gerne mal trainieren. Das heißt, sie nimmt sich die zwei obersten Karten, schaut sich die an. Da haben wir einmal Alsurs Donner, lege einen allgemeinen Marker auf die Karte, wenn es ins Spiel kommt. Während des Kampfes kannst du eine Reliktwürfelseite und einen allgemeinen Marker ausgeben, um viermal schwer zu generieren. Oder ich nehme die Kristallkugel. Sobald du Questkarten ziehst, ziehst du zusätzlich eine Karte und wählst eine davon aus. Das heißt, kriege ich eine Questkarte mehr, wenn diese erledigt ist. Naja, ich nehme lieber Alsurs Donner, lege die zu mir hin, lege auch schon die erste Ladung hier drauf und dann kommt diese andere Karte hier drunter. Das war einmal trainieren und als zweites würde ich ganz gerne eine Runde reisen und ich reise mal hier zu meinem Freund Geralt, hole mir einen Lilanen Marker und bin eigentlich fertig, denn für die Quest muss ich vier Lilanen Marker ausgeben und diese Unterstützungsquest, die hat auch mit Lilanen was zu tun, aber die muss ja Geralt ausgeben, weil ich liege auf dem Lilanen. Aber vielleicht kriegen wir das ja gleich hin. Ja, wir machen wieder das Tableau leer und wir führen wieder die allgemeine Gefahr hier aus. Diesmal liegt wieder auf dem Grauen etwas drauf, das drehen wir um und hier haben wir einen Nilfgaarder vor dem Würfel. Stelle den Kriegsanzeiger vor, das heißt, ich stelle ihn hier auf diesen Unglücksmarker, nehme mir diesen Unglücksmarker und lege den hier schon mal drauf und dann gibt es einen Kampf gegen dreimal Schwert, zweimal Schild. Schauen wir mal, was wir würfeln. Zweimal Schwert, einmal Schild und einmal Relikt, sagen wir mal, denn dann können wir diesen Zauber nutzen. Wie gesagt, normal war es so ein Ausweichsymbol. Das kann ich nutzen, ein Ausweichsymbol zusammen mit einem Schwert, wenn ich würfel, um ein Schild zu generieren. Ich sage jetzt einfach mal, das war jetzt ein Relikt-Symbol, das macht es mehr Spaß und ich kann meinen Zauber als das Donner nutzen. Das heißt, ich muss einmal dieses Relikt-Symbol haben und ich muss diesen allgemeinen Marker ausgeben, um vier Schwerter zu generieren. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt sechs Schwerter und ein Schild. So, und hier heißt jetzt, halt das ist der Bär, wo sind wir, der Nilfgaarder, Erfolg beim Schwertangriff, erhalte einen Erfahrungspunkt, zack, ziehen wir herunter und Fehlschlag beim Schild haben wir, weil wir haben leider nur ein Schild und nicht zwei, erleide wieder einen Lebenspunkt hier und den lege ich mal auf Ermitteln drauf. Der Nilfgaarder ist platt, ansonsten bringt er mir nichts. Also kommt er wieder unten drunter und Gerald ist wieder an der Reihe und Gerald macht jetzt folgendes, er ermittelt mal eine Runde, das heißt, wir legen hier den Marker auf Ermitteln. Ich nehme hier mal ein lillernes Kärtchen, schauen wir mal, was draufsteht. Unerwartete Informationen, das ist eine Karte mit wertvollen Informationen, behalte diese Karte, also lege ich die einfach zu mir hin und behalte die, ansonsten hat die leider keine Auswirkungen. Eine zweite Aktion kann ich noch machen, da überlege ich mir zu reisen. Ich reise nach Ochsenfurt, also hier runter an der Kreuzung entlang nach Ochsenfurt, nehme mir einen lillernen Marker, lege den zu mir hin und könnte jetzt meine Quest erledigen. Nebenquest, jetzt auch vier muss ich ausgeben, naja, mache ich die andere Nebenquest mit den drei Uren. Ich heuere einen Söldner-Trupp an, zahle dafür drei Uren, in den Vorrat zurück, nehme den allgemeinen Marker, lege den auf diese Quest, die bringt mir drei Siegpunkte, also legen wir das da hin. Eins, zwei, drei Siegpunkte und dann habe ich meine zwei Aktionen auch schon wieder erledigt und werde jetzt schauen, welche Gefahr auf uns wartet. Das ist der Bär immer noch, der ist immer noch hier auf diesem Feld, das heißt, ich nehme meine sechs Würfel, würfel das Ganze, habe ein Schwert, zwei Schwerter, zwei Schilde und zweimal Hexerzeichen, das mir leider nichts bringt. Ich brauche drei und zwei, das heißt, ich hätte jetzt zwar nicht den Bär getötet, weil der drei Schwerter bräuchte, aber ich hätte wenigstens die Abwehr geschafft mit zwei, das lasse ich mal so stehen und wende nicht meinen Trank an, mit dem ich jetzt nochmal hätte Würfel neu würfeln können, das lasse ich jetzt mal sein. Ich sage einfach, passt, mir passiert ja nichts, bleibt doch da liegen. Ja, und schon kommt unsere Triss wieder an die Reihe. Die nutzt als erstes das Rasten, dadurch, dass sie zwei kleine Wunden entfernen oder eine große. Somit ist wieder Wunden frei und kann den Rest ihrer Heldentafel auch wieder nutzen und nutzt jetzt die Aktion vorbereiten und legt wieder mal einen allgemeinen Marker auf ihren Zauberspruch drauf, dass sie den wieder einsetzen kann. Schon ist sie wieder fertig, es gibt wieder die allgemeine Aktion. Wir schauen uns hier das an. Hier ist zwar kein Monster mehr drauf, aber ein Unglücksmarker, das heißt, der kommt weg und sie muss sich dem Unglück hier stellen und da haben wir Erscheinung. Du stellst den Bierkrug ab und starrst auf die geisterhafte Erscheinung. Ein Vorbote des Unglücks, das dir und deinen Gefährten bevorsteht. Decke die oberste Karte jedes Ermittlungsstapels auf. Ist es ein Rückschlag, kommt sie zurück auf den Stapel, anderenfalls wird sie abgelegt. Ja, das kann man jede Karte hier aufdecken. Und hier seitlich steht entweder Rückschlag oder Ermittlung. Das heißt, die Karte ist eine Ermittlungskarte, die kommt weg. Die Karte ist eine Ermittlungskarte, die kommt weg. Die Karte ist ein Rückschlag, die kommt hier wieder drauf. Das heißt, der nächste Spieler weiß wenigstens, wenn ich eine blaue Karte nehme, dann habe ich auf jeden Fall einen Rückschlag und bekomme nichts Gutes zurück. Gut, damit ist hier wieder erledigt. Das kommt wieder runter. Geralt ist an der Reihe und Geralt reist wieder hinauf nach Dreiberg zu Triss. Erste Aktion, bewegen. Nimmt sich wieder ein lila Marker zu sich und hilft jetzt der Triss, ihre Unterstützungsmission zu erfüllen. Wo es heißt, gibt drei violette Hinweismarker aus. Also ich weiß ja anhand dessen hier, dass Triss Violett braucht. Das heißt, ich gebe jetzt drei von diesen Markern aus, um Triss zu helfen. Die Quest ist damit erledigt und sie selber bekommt drei Erfahrungspunkte und ich als der Ausführende bekomme sechs Erfahrungspunkte. Also es hilft durchaus, einem anderen zu helfen, denn man kriegt das doppelt an Erfahrungspunkte wie derjenige. So, jetzt haben wir hier schon zwei Quests erledigt. Sieht schon ganz gut aus. Gut, dann haben wir die erste Aktion mit dem Reisen durch und die zweite Aktion, die ich mache, ist einfach Ich werde eine Runde ermitteln. Nimm mir mal eine lila Karte, denn ich habe noch eine Nebenquest, die sowas braucht. Und hier ist ein betrunkener Zwerg. Er ist so betrunken, dass er schon wieder prallt, wo er seine Reichtümer versteckt hat. Erhalte einen violetten Hinweismarker und ich kriege gleichzeitig einen Auftrag. Gehe nach Mahakam. Belohnung, erhalte einen violetten Hinweismarker und zwei Uren. Und diese Karte darf ich auch behalten, bis ich den Auftrag erledigt habe. Jetzt kriege ich erstmal direkt einmal Violett. Und sollte ich eben dann nach Mahakam runterkommen, dann kann ich diesen Auftrag auch einlösen und hier meine Belohnung kassieren. So, meine zwei Aktionen sind durch. Wir schauen, was ist die allgemeine Bedrohung, die wir ausführen müssen. Grau ist nichts mehr drauf. Der allgemeine Marker geht ins Weiter. Wir legen ein silbernes Monster hier rein. Und noch einmal machen wir Triss. Dann hören wir auf. Triss schaut mal, was sie machen kann. Und sie würde ganz gerne jetzt ihre letzte Nebenmission noch abschließen. Das heißt, sie sagt, sie reist eine Runde. Und zwar nach Oxenfort wieder runter. Nimmt sich einen lila Marker. Hat jetzt vier Stück. Der kommt auf Reisen drauf. Und jetzt macht sie diese kostenlose Aktion, die Nebenquest zu erledigen. Den Baron zu beschatten. Gibt vier violette Hinweismarker aus. Also gebe ich die ab. Nehme mir einen allgemeinen Marker. Für diese Quest kriege ich fünf Erfahrungspunkte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt ist auf dieser Questkarte nur noch die Hauptquest drauf. Die bringt hier acht Erfahrungspunkte. Dazu brauche ich aber zwei blaue Beweismarker. Und da muss ich jetzt erstmal dann ins Tauschgeschäft einsteigen. Denn ein blauer Beweismarker, den kriege ich durch drei blaue Hinweismarker. Aber wie gesagt, die Questreihen habe ich ansonsten alle abgeschlossen. Gibt ja auch schon mal schöne Punkte. Kann man also mitmachen. Jetzt habe ich noch eine zweite Aktion. Und die nutze ich einfach zum Ermitteln. Ich nehme mir gleich mal so eine blaue Karte. Obwohl ich weiß, dass die nicht so toll war. Und hier haben wir Würf deinen Heldenwürfel dreimal. Weil ich gebe für jeden erfolgreichen Wurf ein Urin ab. Oder erleide einen Unglücksmarker. Ja, das heißt, ich würfel dreimal. Und hier heißt es eben, für jeden Erfolg. Und wir wissen, jeder Erfolg, das ist das Reliktzeichen, weil es hier unten auf der Karte steht. Einmal kein Relikt. Zweimal ein Relikt. Dreimal zwei Relikte. Das heißt, zwei Urin muss ich jetzt abgeben. Damit ich kein Unglück erleide. Und die Karte kann dann weg. Weil es sonst nichts Sinnvolles drauf ist. Ja, soweit möchte ich euch das Spiel zeigen. Viel mehr erklären möchte ich euch da gar nicht. Es gibt einfach die unterschiedlichsten Dinge, die in diesen Karten drin sind. Aber die sind meistens dann auch selbsterklärend und recht schnell klar. Was noch eine Besonderheit ist, ist dieser Ort mit dem Herzchen hier drunter. Und dieser Ort mit dem Herzchen drunter. Was bedeutet das? Hier bekommt man entweder einen leichten Schadensmarker wieder weg oder ein schwerer Schadensmarker wird mit einem leichten Schadensmarker umgedreht, wenn ich in diesen Ort komme. Allerdings kriege ich an diesem Ort keinerlei Hinweismarker. Hier kriege ich wenigstens noch Hinweismarker und auch noch einen Schaden erleichtert. Und so spielt man jetzt einfach so lange durch, bis man die erste Hauptquest erledigt hat. Dann legt man die Karte zur Seite, zieht sich wieder zwei von seinen angegebenen Questkarten, sucht sich wieder eine raus, spielt auch da die Hauptquest und spielt bei einer dritten Karte auch noch die Hauptquest. Und dann ist das Spiel vorbei. Also sobald ein Spieler es schafft, dreimal seine Hauptquest zu erledigen, ist das Spiel aus. Man kann natürlich das Spiel verlängern, indem man sagt, wir spielen auf fünf Questkarten. Das kann man jederzeit anpassen, wie man möchte. Dann dauert das Ding halt noch länger. Und wenn man eben seine dritte Quest erledigt hat, dann dürfen die anderen Spieler ihre Runde noch zu Ende spielen. Und dann wird einfach geschaut, wer hat die meisten Siegpunkte. Und dieser Spieler ist der Gewinner. Ein sehr, sehr schönes Abenteuerspiel, eine schöne Umsetzung des Witcher-Universums. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Die Aufmachung ist toll, die Karten sind toll, die Illustrationen sind klasse. Natürlich original aus dem Spiel heraus sofortige Wiedererkennung. Aber auch wenn man das Spiel nicht kennt, kann man es spielen. Das war sie, meine Brettspielvorstellung des Abenteuerspiels. Relativ einfache Regeln, das ganze Spiel sehr, sehr eingängig. Wenn man dann mal angefangen hat zu spielen, eigentlich alles relativ klar. Aber im Referenzhandbuch zum Nachlesen nochmal die einzelnen Dinge Schritt für Schritt genau erklärt. Also hier bleibt wirklich keine Frage offen. Ich hoffe, ihr habt es soweit alles verstanden. Auch wenn ich jetzt hier keine Nahaufnahmen von den einzelnen Sachen machen konnte. Denn ich habe es gerade mal so aufs Bild bekommen. Aber ich hoffe, einen Eindruck habt ihr bekommen. Und wisst jetzt hier, um was es geht und was euch hier erwartet. Und dann hoffe ich, wir sehen uns auch im nächsten Brettspielvideo wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht es gut. Euer Michael.